Oh, ich wollte töten. Oh Gott, bin ich schlecht. Ich mach kaum Schaden, ey. Oh, es kommt in meinen Strahl. Hm. War's schon? Irgendwie sind wir beide gerade nicht so begeistert von unseren Dings. Kamera-Robot. Ich mein, dir kommt es ja nur zugute. Also, ich mein... Ja. Schild. Typ Schild. Eigenschaft, Schutzbarriere. Gegenteil, Schild. Es hält sich selber auf. So, hier gibt's was Einfaches. Wir haben ihn geflattert. Hurray. Nein, ich wollte. Egal. Was wolltest du? Hast machen. Oh, guck mal, ich mach die alle stärker. Wow. Nerepa. Du schickst Titor Nere Fritz und Nive de Visitor. Oh. Wir haben ihn getötet. Und du, sie haben Propfellnit, die von Nubra Omnitanidu. Über diese Magik. Ich find das Wort total lustig. Wiederbelebung. Hurray. Das braucht man noch. Haben wir noch was gekriegt? Nö. Doch. Ich hab mir Tuitenschauer gekriegt. Ich auch. Ich hab mir Tuitenschauer gekriegt. In der VH. Arkydance. Naja, hab dich auch lieb. Wie weit reicht das denn? Lass mich mal gucken. Wenn ich hier stehe, kriegst du alle. Wow. Oh mein Gott, hat das eine hohe Reichweite. Ja, solange das nicht auf die Gegner wirkt. Ey, lässt du wohl die Leute in Ruhe? Ne, ich wollte Hass machen. Hab aus Versehen eine Taste falsch gedrückt und hab dann extra auf den Stuhl geschossen und ich bin beim letzten Mal auf den Typen. Oh, ich wollte hier noch umlaufen und müsst ihr euch vergessen. Ey, ich bin... Hä? Ich hatte Lust, die Grafik packt. Du warst bis bei mir zweimal durch den Hausgang gelaufen. Mit wem wollen wir sprechen? Zuerst mit Opi oder mit dem Typen hier? Ich will hier... Äh, warte mal. Ja, ich mich auch. Doch, wirst du gleich. Möchtest du hier die Dings haben? Was war denn da nochmal? Äh, irgendein Stab. Ähm, Stab der weißen Weisen. Weisen, Weisen. Äh, der weiße Weisen hat früher einen anderen Farbe. Wo ich habe noch Midgard zurückgekehrt, um seinen Kauberkollegen zu helfen, ist das. Erhöht Licht... Lichtreichweite. Angst einflüssiges Licht. Nee, ich will mein Schild. Wo ist mein Schild? Ich glaube, momentan kann ich mal ein Schild noch ein bisschen besser gebrauchen. Und er spricht viel mit den alten Leuten. Bisschen cool. Und ich komme langsam hinterher. Ich quatsche schon mal an. Ah, ja. Gib mir das, mein Gott. Hm? Ja, firsty Mori Boatington. Next secondy better. You're sir my grandma. Grouping up. You're sir my grandma. Firsty? You're my grandma. No, my grandma. Hm. Äh, die finde ich cool. Nein, ich habe mich wieder verklickt. ich soll die Menschen nicht töten, aber du tust richtig warte mal, ich kann ja hier wieder alle heile machen so, ist alles da gut äh, Tast, ich komm jetzt hinterher getapselt tappt, tappt, tappt du fällst nicht hin, weil normalerweise, wenn man ein Rennen fällt, man... oh, guck mal, die mach ich auch stärker du hast alles stärker das ist schrecklich und ich mach keinen Charme mit meiner Waffe ja, wegspiel die Welt ey war aus Versehen du hast mir keinen Schaden noch nicht mal hier wird? ja, 42 nur ja, das war jetzt gerade, weil wir, glaube ich, entgegengesetzte Magien benutzt haben kommen wir jetzt hier weiter, guck mal, das sieht so aus, hätten sie hier was zugemacht ne, haben sie nicht, schade jetzt haben wir dir deine Dings versaut ja, das ist ein Toter Elch ach, ne das ist ein Toter Elch ach, ne ich dachte, der lebt noch ey, ich kann den Typen nicht umlaufen das Spiel ist verpackt mach dir mal ein Schild drauf ein Schild drauf, ja, warte so du 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 wow, was zum, warum bin ich auch immer so schnell gewesen? keine Ahnung keine Ahnung so ich hab mich schon auf die Geschwindigkeit eingestellt so werdet ihr das ganze LP ja leben nein, wahrscheinlich nicht jetzt haben wir ups fett ja, genau der arme das ist der der Käse holen wollte genau und ich möchte irgendwie in eine andere Robe also wir können ja das Kapitel beenden dann können wir mal kurz paulieren was zum ich ich klicke auf selbst und ich treff dich sag mal Wasser, Erde und was ist das letzte? Heilung ergibt dann Fett oh ok, warte Wasser Erde, Feuer ne, das war falsch ach egal lass uns wieder zurück ja, ich bin ja schon die ganze Zeit am Schildkasten auf mich selber ups äh, so tapst taps taps tapst so müsste reichen, oder? oh nein wir brauchen noch ein bisschen und ich mit meiner Geschwindigkeit brauche es auch auf jeden fall nein, ich ertrinke Obst, das war jetzt falsch La la la, warte mal So Oh Gott, wenn man es heilen kann, kann ich vernünftig Was ist das für ein Heilungsrat, den du machst? Ist das bei mir selber auch so schlecht? 89 heile ich mich selber Alter Schwede, ey, was Oh, guck mal Blümchen Blümchen, kaputt mach Das geht nicht Also, dieser, ja DLC war ziemlich sinnlos Ja, ich bin mit meinen Typen auch nicht zufrieden Äh Wir machen das Kapitel noch zähne, dann wechsle ich meine Klasse Ja, mach mich noch langsamer, komm Was Wir machen das Kapitel noch zähne, mach mich noch langsamer Oh Und, das Was ist da unten? Oh Oh Ja, wer das wohl war Flat Den Typ kannte ich gar nicht Gut Weiter geht's Komm hinter mir her Hihihihi Mob mich, mobb mich Bin dabei Los, lass uns die Quest abschließen hier Oma? Rakanisch lol Oh Gott Rakanisch lol So, du bist der Kämpfer und ich bin hier der Nix-Könner, irgendwie so. Aber ich mach die auch stärker, das ist total sinnlos. Ja. Ey, deine Rommelnerven, weißt du das? So, fest abschließen. Die ist voll schrecklich, irgendwie. Ähm, hier. Oh, uns fehlt ein Inventar. Blöde Kuh. Ja, das ist wirklich nervig. Warte, ich sorg dafür. Ja, Hilfe, ich brenne. Ich, nein, es ist immer noch da. Verdammt. Wir können da hinten uns jetzt, äh, Excalibur holen. Ich weiß. Ich bin nur ein bisschen langsam. Ich glaube, ich kriege Ex-Kalibur. Taps, 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 taps. Guck mal, guck mal, wie lang da ich bin. Guck, 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 Guck. Guck, 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 Guck. Warte auf mich. Ich bin in deiner Schrittgeschwindigkeit. Du musst auf mich warten. Lalalala. Hier ist auch noch ein anderer Stab, wenn du den möchtest. Nein, dann tausche ich mein Schild aus, aber brauche ich sowieso nicht War das der mit dem coolen Leben? Ja, das ist der Heilstab Genau Äh, falsche Reihenfolge, aber... Ah, Mist So So, mit eingreifen, wenn ich irgendwann da ankomme Ui, guck mal, ich hab Erde kaputt gemacht Iiii Du bist böse Iiii Iiii Nimm's weg Hast du Angst vor Spinnen? Die machst dich stärker Hör auf damit Aua Ups Jetzt bin ich eingefroren Warte mal, man kann irgendwie Stacheln aus dem Boden kommen lassen Lass mich mal Also der war's anscheinend nicht Ähm, wie ging das mit den Stacheln? Ähm, war das Der, der, der? Ups, der war's nicht Nein, es brennig Ah, isse Das hab ich gerade auch für mich gemacht Oh, ich hab mir ne Ritterrüstung verpasst Jetzt bin ich noch langsamer Yay, jetzt bin ich noch langsamer Weil ich mir noch ne Schildrüstung gemacht hab Ich bin stolz auf dich Yay, bin ich nicht gut Geht mein Bestes Guck mal, wie langsam ich jetzt geworden bin Oh, falsch Ich folge dir In dieser rasenden Geschwindigkeit Aber der Treue wird mir jetzt nichts antun Ja, genau Oh, guck mal, wie schnell das Schild seine Kraft verliert Das ist ja krass Ich bin so schnell Jeder wird mich Und man kann das Schild nicht mehr heilen Also ich kann's zumindest nicht heilen Der hungrige Waldtroll Aber ich bin imbad, denn ich bin langsam Ja, komm, läuft mir rein, Leute Ich kann grad gar nicht zaubern Wieso nicht? Cool Ich binART Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank.